Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Moin Moin! Eine neue Folge von Aufgesattelt. Heute mal bei uns zu Hause. Wir haben heute Radio Weser TV zu Besuch gehabt und Herrn Sender. Herr Sender ist zuständig für mich im Sender. Das ist ein witziger Name, aber er heißt genauso, wie man das spricht. Und er hat heute ein Porträt von mir aufgenommen und ich habe ihn dann noch zur Seite genommen und habe ihm noch ein paar Fragen zu uns gestellt. Ich hoffe, dass das ein bisschen spannend für euch ist, wie der Sender etwas produziert und wie anders das dann noch alles wirkt. Ja, heute sind wir mal sozusagen live dabei, wie eine Sendung für Radio Weser TV gemacht wird. Hier ist das Studio Bremer Umland bei uns und macht eine Sendung für vor Ort einem Magazin im Radio Weser TV. Und hier geht es um ein Porträt von Nina Rahmershofen und dem Reitclub-Pferd und Freizeit in Stade. Naja, da gehört natürlich schon eine ganze Menge dazu. Da ist ein ganzes Team vor Ort. Ein Kameramann, ein Redakteur, Tontechniker. Und die versuchen natürlich alles so gut wie möglich in Bild und Ton rüberzubringen und festzuhalten. Das hat schon mit einer gewissen Präzision und Arbeit zu tun. Kann man sich gar nicht mal so vorstellen, dass das schon mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Hier auch gute Aufnahmen und eine gute Filmmestaltung hinzubekommen. Hier müssen Toneinstellungen gemacht werden an der Kamera. Es muss ja der Ton auch stimmig sein. Denn man will ja auch vernünftig was hören können und nicht nur ein Rauschen oder eine schlechte Tonqualität haben. Das Ganze geht natürlich auch ein bisschen locker von der Hand. Da soll ja auch nicht in starker Anspannung alles stattfinden, sondern das soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und die Ängste vor Kamera und Mikrofon sollen genommen werden, so dass es einfach besser ist, in einer lockeren Atmosphäre das Ganze aufzunehmen, als wenn das so ganz straff und vorprogrammiert ablaufen würde. Gerade bei Interviews und solchen Porträtaufnahmen oder Tieraufnahmen, die hier gemacht werden, ist es natürlich wichtig, dass die ganze Atmosphäre stimmt. Denn Tiere haben auch ihren eigenen Willen und man muss schon geduldig sein, um da eventuell die richtigen Einstellungen zu finden und das Tier auch in der richtigen Situation aufnehmen zu können. Ja, hier wird natürlich der Reitplatz auch aus allen möglichen Positionen und Winkeln und Kameraeinstellungen aufgenommen, um nachher möglich viele variable Bilder zu haben, die man zu einem guten Bericht zusammenschneiden kann. Viele erkennen gar nicht, was für eine Arbeit und für ein Aufwand dahinter steckt, so einen Film bzw. so einen Bericht oder ein Porträt über eine Person oder einen Ort oder was auch immer zu machen. Das ist einfach nicht nur ein bisschen Filmen und das Ganze nachher zusammenzustückeln und aneinanderzuschneiden, sondern da ist ein ganzes Team für erforderlich und nicht nur das Team, sondern auch redaktionelle Arbeit und Regie und Ton und die ganze Kameratechnik muss natürlich auch stimmig sein, damit möglichst gute Bilder rüberkommen. Denn der Zuschauer will ja nachher auch ein gutes und adäquates Bild- und Tonmaterial sehen können, damit der Bericht auch in einer guten Qualität rüberkommt. Ja, auch verschiedene Interview-Situationen werden natürlich gemacht. Wir haben vorhin gesehen, dass es im Stall bzw. auf dem Putzplatz schon ein Teil-Interview gab. Jetzt ist es hier eine Außenaufnahme mit einem Interview. Also auch hier muss das variiert werden, damit das auch interessant wird. Naja, es ist auf jeden Fall viel Arbeit und wir werden das fertige Produkt der ganzen Mühlen hier im Anschluss nach dem kleinen Interview mit dem Herrn Sender auch hier im Film sehen. Die Pferde haben halt dort die Chance, sich in Herden frei zu bewegen. Frei ist relativ, weil es macht da einen Zaun drumherum. Aber es gibt halt Pferde, die kann man nicht auf weiden Wiesen stellen, weil sie dann krank werden. Und diese Pferde, die wir jetzt hier sehen... So, jetzt haben wir ja heute Herrn Sender hier zu Gast. Und Herr Sender ist zuständig für mich und meine Sendung aufgesattelt im Radio Weser TV. Und ich hätte so ein paar Fragen. Herr Sender, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, A zu Ihrem Job? Was machen Sie ganz genau im Sender? Ich bin eigentlich der Redakteur für die Beiträge, die wir bei Radio Weser TV machen. Sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Ich bin oft draußen und versuche, Themen an Land zu ziehen und die dann auch zu bearbeiten und zu texten. Und jetzt, ganz ehrlich, haben Sie schon mal jemals irgendwas mit Pferden zu tun gehabt? Sprich, Sie waren mich heute besuchen, haben mich interviewt. Haben Sie irgendeinen klitzekleinen Bezug zu Pferden? Nein, überhaupt nicht. Also, ich glaube, ich habe auch noch nie auf einem Pferd gesessen, nicht mal als Kind. Und ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Und ich habe auch, muss ich sagen, relativ viel Respekt vor den Tieren. Macht Ihnen das Pferd, was hier hinter uns läuft, das sieht so ein bisschen dreckig aus, aber das ist eben naturpur. Macht Ihnen das eigentlich gerade Angst oder sagen Sie, nö, es ist in Ordnung, kann ich jetzt akzeptieren, weil ich weiß, es ist artig? Das macht mir jetzt keine Angst, aber ich merke, dass ich da was im Nacken habe. Also, das merke ich schon. Ich meine, ist ja auch gut. Man soll ja auch Respekt vor dem großen Fluchttier haben. Und man sollte sich da nicht im Sicheren wiegen. Ich möchte mich erst mal herzlich bedanken, dass Sie den weiten Weg geschafft haben, hierher zu kommen, ein Interview mit mir zu machen, mich vielleicht dann vorzustellen. Ich hoffe, wann kommt das? Wann kommt das überhaupt? Das wird jetzt, ich sage mal, in 14 Tagen, schätze ich mal, haben wir es dann geschnitten und soweit fertig, dass wir es dann bei vor Ort im Umlandmagazin zu sehen, dass es da zu sehen sein wird. Dann bedanke ich mich für Ihren Besuch und dass Sie hier nochmal Rede und Antwort gestanden haben. Alles klar, kein Problem. War sehr schön hier. Reiten. Dieses Hobby umfasst deutlich mehr, als sich auf ein Pferd zu setzen und je nach Gangart des Tieres ordentlich durchgeschüttelt zu werden. Zum Reiten braucht man neben einem Sattel erstmal ein Pferd. Die Pflege und der Umgang mit dem Tier erfordert eine Menge Kenntnisse, Einfühlungsvermögen, Ausdauer und Geduld. Das Reiten an sich ist dabei nur ein Teil des Hobbys. Neben dem Füttern und Steilmisten gehören auch das Striegeln und das Säubern der Hufe dazu. Genauso ist die richtige Kleidung wichtig. Vor allem sind Stiefel, Hose und ein Reithelm nötig, um Verletzungen vorzubeugen. Eine, die das Leben mit dem Pferd nicht mehr loslässt, ist Nina Ramershofen, Reitlehrerin und Pferdewirtin aus Stade. Das ist ganz klassisch passiert. Meine Eltern sind auf ein kleines Kuhdorf gezogen mit 200 Einwohnern, wo jeder dritte Bauer für sein Kind ein kleines Schätti um die Ecke stehen hatte, zwischen Kühen und Schweinen und was da noch so alles rumkreuchte und fleuchte. Und man ist ja klar neidisch, kommt von woanders, hat keinen eigenen vier pelzigen Beuner. Und dann bin ich da halt zugestoßen. Man lernt sich ja auch untereinander kennen. Kinder finden ja ganz schnell Anschluss. Und dann war das von Anfang an um mich geschehen. Nun ist sie Reitlehrerin im Reitclub Pferd und Freizeit in Stade, reitet weiterhin auf Turnieren und hat mittlerweile auch ein Buch über Pferde geschrieben. Das ist kein klassisches Buch über Pferde, sondern es ist ein Leitfaden, wie ich Trainerassistent werde, sprich die rechte Hand von einem Reitlehrer. Das ist eine klassische Ausbildung, die man bestreiten kann in den Reitvereinen, was es dafür alles braucht, welche Vorbereitungen ich treffen muss, um diese Prüfung zu machen. Und natürlich erfährt man so einiges über den richtigen Umgang mit Pferden in diesem Buch. Das Oberthema Pferde hat übrigens auch das monatliche Fernsehmagazin aufgesattelt. Das Nina Rammershofen hier bei Radio Weser TV moderiert. Jeden ersten Montag im Monat um 20.15 Uhr kann man spannende Themen rund um Ross und Reiter sehen. Produziert wird die Sendung zusammen mit dem ersten Vorsitzenden des Vereins, Michael Dutrois, mit dem Frau Rammershofen auch für den reibungslosen Ablauf auf dem Reiterhof sorgt. Natürlich ist Dutrois schon seit langem ein echter Pferdenarrer. Ich beschäftige mich also schon seit über 50 Jahren mit Pferden und dem Reitsport. Mein Bruder war Berufsreitlehrer und meine Geschwister hatten immer eigene Pferde und sind auch auf ganz vielen Turnieren mitgeritten. Und ich als kleiner Stöpke war natürlich immer ganz begeistert auch dabei und habe dann auch mit Voltigieren angefangen und später dann selber auch aufs Pferd gegangen und geritten unter Anleitung meines Bruders und habe dann nachher auch sogar Kreismeister und Bezirksmeisterschaften gewonnen. Seit 2009 gibt es den Reitclub mit mittlerweile knapp 100 Mitgliedern. Meisterschaften und Pokale stehen hier aber nicht im Vordergrund. Es geht eher um den Breitensport. Wir geben halt Unterricht für Wiedereinsteiger, für Kinder und Erwachsene, Jugendliche und alle, die Spaß am Reitsport haben. Aber, das muss man dazu sagen, mehr auf der Freizeitbereichschiene. So werden hier viele Kurse und Aktionen für alle Facetten der Hobbyreiterei angeboten. Sogar Zirkuslektionen oder auch Grundlagen für die Dressur und das Springreiten kann man hier erlernen. Kinder können hier bereits ab drei Jahren ihre ersten Reiterfahrungen im Verein sammeln. In einer Krabbelgruppe, so nennen wir das hier, das sind Eltern mit Kleinkindern, drei- bis sechsjährig, die hier spielerisch an das Pferd, an das Hobby gewöhnt werden, noch wenig Eigenverantwortung haben, sprich hier sind die Eltern im Vordergrund und das Kind wird über Spaß und Spiel und motorisches Training dran gewöhnt. Und weil die Knochen noch sehr weich sind, kann man noch nicht so viel mit den Kindern machen oder sollte es zumindest nicht tun, weil die voll im Wachstum sind. Und dann ab sechs, sage ich immer so sieben spätestens, kann man eigentlich anfangen mit Einzelunterricht, die Kinder ein bisschen härter ranzunehmen. Das ist wie in der Schule, es wird immer schwieriger. Und dann so richtig Reitunterricht, sage ich jetzt mal, kann man abneunen. Dadurch, dass Kinder immer mehr Zeit in der Schule verbringen und das verkürzte Abitur, machen sich auch hier bemerkbar. Die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, ihre freie Zeit in Vereinen zu verbringen, ist begrenzt. Das Vereinsleben bedeutet eben nicht nur, schnell aufs Ross und los geht's. Wenn man in einem Reitverein organisiert ist, dann ist das absolut wichtigste Gebot, dass man diese Gemeinschaft, das Ehrenamt fördert. Das wird heute leider ja vielen Orts unter den Tisch gekehrt. Ich brauche, na klar, um das hier alles aufrecht zu erhalten, einen Reitbetrieb aufrecht zu erhalten, die Kinder zu einem Turnier zu fahren. Ich brauche Ehrenamt, ich brauche Menschen, die im Hintergrund helfen. Für jedes eigene Event, was ich hier am Hof selber für die Kinder organisiere, brauche ich Helfer. Ehrenamt ist also nicht nur bei Feuerwehr- und Hilfsorganisationen nötig, sondern auch auf dem Reiterhof gefragt. Ich brauche, es gibt eine eigenessische Musik zu Hause, Ich brauche, es gibt eine250-flńsk-fl Agora, umeteier- und Hilf bags. Bis ambassiert, bis hin! Bis zum nächsten Mal.